Sieht das nun so aus oder hat Isaac irgendwie in den letzten drei Stunden zugenommen? Sieht auf jeden Fall irgendwie so fit aus. Okay. Art du Scheiß? Was ist das denn? Mitkommen. Mir kann ich es nicht. Liegen bleiben. Ja, so richtig gehört. Liegen bleiben. Ein Problem. Ganz schön viel Mooning. Wir gehen jetzt mal weg nach Land. Weg. Natürlich war ich da aus. Was? Jungs, was macht ihr hier? Run, Isaac, run! Run! Sind die auch schon schwarz oder was? Die sind ja noch stärker dann, oder? Die schwarzen waren ja noch stärker gewesen. Was ist denn? Wiedel. Wiedel. ich weiß nicht was du vor hast die war das ist eine richtig coole schrufen bleibt so warte mal gab es den speicher mal schnell noch nicht noch mal schnell dachte ich bin smart weiß dann muss ich das nicht normal machen weil sich jetzt hier verkacken sollte und das ist ja schon das ist schon der sucke jetzt wird er drauf gepackt und wieder vereint ich habe immer an dich geglaubt ich wusste du würdest zu mir zurückkehren warum man nicht geglaubt was passiert jetzt ach so der große stein dann bleibt der andere stein aber nicht auf dem oder wenn das ding jetzt da runterfällt macht das dann so viel wumms dass das Artefakt nicht mehr auf dem bleibt auf dem sockel die schon wieder klar Ja, ich kann nicht mehr. Der Marker kommt nicht mehr. Nur eine Schande. Ich bin gerade an dich zu töten, auch wenn du nicht ganz richtig im Kopf bist. Was denn? Glaubst du mir nicht? Sieh dich doch mal an, oder wird man auch nicht. Sieh dir das Video von dem Koron an. Und diesmal solltest du es bis zum Ende kommen. Isaac! Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es wird mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Man liegt richtig zu sein. Es kommt zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Jetzt endlich läuft sich doch auf dieses andere Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Wie sehe ich das jetzt selber injiziert, ja? Das ist so komische Zeug. Ich habe dich nicht geliebt. Man weiß es. Du bist ganz gestört. Wie kein, wie der Käppchen. Die Kohl ist schon lange tot. Was immer du gesehen hast, wurde dann von hervorgerufen. Du warst nur eine Schachfigur. Aber keine Sorge, es ist jetzt in sicheren Händen, weit weg von diesem gottverdammten Ort. Wo sind denn jetzt die Monster? Warum greift keiner von den Monstern Sie an? Neue Aufgabe. Ey, würde es mir auch nicht sein, dass ich jetzt die ganze Arbeit gemacht habe, nur damit sie mir das wieder wegnimmt. Oh Gott, das sieht besser aus. Noch eine Energieknoten. So lange Zeit haben wir bestimmt nicht, oder? Dann landet doch irgendwann dieser riesige Fels, der durch den Luft geschwebt hat. Erstmal mitnehmen. Wir haben Eingang, oder was? Tatsache. Okay, Dateis, wenn wir hier am Eingang sind, kommt ja bestimmt gleich der Endkampf. Oder es geht noch weiter und wir landen auf der Erde. Keine Ahnung. Gehen wir mal davon aus, dass es gleich dicht im Schacht ist. Äh, wenn gleich dicht im Schacht ist, behalten wir das mal. So, wir haben über 150 Schuss. Anwerfer. Wolle ich mir vielleicht lieber noch mal ein bisschen... ...ein paar Knoten, oder? Um die Waffe besser zu ziehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich hab auch gar nicht hier Knoten gekauft. Lul. So, wieso brauchen wir denn da? Schon noch so... Ja. Schon noch acht. Okay, Energiekanone. Eins, zwei... So. Ein, drei... Fünf, sechs. Ne, nicht ganz acht, aber... Hab ich das schneller machen können, ne? Ne, ich hätte entweder hier über die Ecke kaufen müssen, oder über die Ecke kaufen müssen. Alles gut. Alles gut. Alles richtig gemacht. So, 35 Punkte Schaden. Hier haben wir eine Zwergung. Anwerfer ist... irgendwie Schiff. Ich hab grad die ganzen grünen Kisten da draußen gesehen. Das ist klar. Das ist klar. Ja. Und noch schön Ruffpeitschen. Ja. Wischiwaschi machen. Sehr schön. Wischiwaschi machen. Sehr schön. Wischiwaschi machen. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Fight! Ich uuuhu구요. Ich bin mal betroffen. Ja. Da hab ich jetzt auch schon getroffen. Das wäre nicht. Aber... öglichkey. Maust du noch mal zu? Okay, das mag er anscheinend wohl nicht mehr. Was nun? Kann ich schießen? Scheiße, was ist das denn? Oh Gott. Halt dich, Wester Isaac. Okay, die ersten Knospen waren wir weg. Aber ich habe schon eine andere gesehen als Herz. Ist schon irgendwas? finde das nicht so geil ne der macht doch den brustkorb nicht auf noch mal noch mal noch mal noch mal nicht mehr durch machen wir schon das war sehr knapp keine ahnung warum er mich da gerade nicht getroffen hat auch mal eine ehrenrunde besiegt oder wenn jetzt weiter nichts mehr ist dann ist er jetzt gesiegt looten so und jetzt jetzt kann ich den marken gar nicht mehr zurücksetzen oder also zurückbringen jetzt damit meine aufgabe zum shuttle zurückkehren muss den marken vorbei mit marken jetzt jetzt ich bin du 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 Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir leben. So hören die damit um? Okay. Wenn man das jetzt so sieht, und ich wüsste, dass noch ein zweiter und dritter Teil rauskommt, würde man sagen, ja, das war's, ne? Der Protagonist ist tot. Das ist kein zweiter Teil. Das macht genau da weiter, wo es gerade aufkommt. Dann hat er vielleicht noch, ne? Die Inkubationszeit von dem Zeug ist ja richtig schnell gewesen, ne? Danke, München. Für das GG. Wie immer, Held stirbt. Und hier ist er, glaub ich, gar nicht toll. Ich glaub, im zweiten und dritten Teil spielt man auch noch Isaac. Aber, da bin ich mir nicht sicher. Kenn ich ja auch nicht die Spiele. Danke. Danke, Mike. Du wirst nie gehen. Ja, wenn's danach spielt, würde ich sagen, ja. Also ich weiß ja nicht, wie das da mit diesem Stasis-Modul funktioniert. Ob jetzt der Anzug dafür verantwortlich ist, dass wir Telekinese haben oder ob wir selber Telekinese haben. Aber ich glaube, so wie ich es verstanden habe, liegt es am Anzug, dass wir Telekinese haben. Also ich fand es cool. Hat zwar seine Design-Schwächen, aber das hat ja jedes Spiel. Es gibt kein perfektes Spiel. Nicht mal Witcher 3 ist perfekt. Es gibt kein perfektes Spiel. Aber es ist gut. Ich finde es gut. Für 2008. Top. Aber Isaac könnte ruhig ein bisschen mehr reden. Vor allem, wenn die NPCs da ihm die ganze Zeit zulappen und er... Ja... Quatsch mal. Oder als A in einem Tank wieder hochgepäppelt. Hallo Resident Evil. Um ihn zu studieren, ne? Ja. Oder ein Klon. Noch besser. Warum das Original benutzen, wenn man es auch klonen kann? Dann kannst du davon unendlich... unendlich viele Varianten klonen. So... Wo war denn das? War das nicht auch irgendwo? Auch... Irgendein Resident Evil? War das nicht der eine Film oder so? Wo die da tausendmal geklont wurde? Irgendwie... Wo man mal so drüber nachdenkt, ne? Wenn man mal wirklich so darüber nachdenkt, ist ja... Im Prinzip hat ja Resident Evil alles erfunden. Oder, Mietchen? Wir haben ja alles erfunden. So, was spielen wir denn morgen? Also den zweiten Teil werden wir auch spielen. Und den dritten. Aber... nicht mehr. Was cooles. Also ein bisschen was von 21 Jump Street. Sag was cooles, wenn du die Granate würfst. Was cooles! Und dann würfst er die Granate. Was cooles, ey. Und dann? Oh, hat mein Gott ja. also dafür dass wir jetzt da diesen ich sag jetzt mal recht einfachen endfight gehabt haben auch mal Nessa hat auch mitgemacht stand da gerade Nessa also dafür dass wir da so einen relativ einfachen bossfight gehabt haben haben wir ziemlich viel zeug am anfang gekriegt oh es war sogar die Harvork Engine abgeschlossen militärischen anzug freigeschaltet hintergrund locks freigeschaltet 50.000 credits erhalten zehn energieknoten erhalten modus unmöglich freigeschaltet ja 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 ja